Mein Gesamtwert um 100% in nur einem Jahr steigern, ob ich das geschafft habe und wenn ja wie, bleibt dran. So nochmal eben eine extra Einspielung und zwar ein großes Dankeschön an Mindful Money, von ihr habe ich die Idee, sie hat das Video bereits vor einem Monat veröffentlicht. Packe ich natürlich mit in die Videoschreibung, schaut es euch gerne an, sehr interessant und sie ist auf jeden Fall schon einen großen Schritt weiter als ich. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und das ist wohl eines der privatesten Videos, die ich bis jetzt aufgenommen habe. Ja, ich möchte mich auf diesem Kanal ja viel mit dem Thema Finanzen beschäftigen, dementsprechend auch Tipps geben, etc. Ich hasse es, wenn ich irgendwelche Leute sehe, die euch irgendwelche Finanztipps geben, die nur Halbsinn ergeben und im Endeffekt überhaupt nicht selber genutzt werden. Das heißt, die Leute haben gar keinen Gegenwert, die versuchen euch einfach irgendwas anzudrehen, was am Endeffekt gar keinen Sinn macht. Davon gibt es leider beispielsweise auf TikTok viel zu viele. Ich möchte euch hier klare Strukturen zeigen und klare Wege, wie man wirklich dazu kommt, dass man einen vernünftigen Wertzuwachs hat. Man muss dazu sagen, das Ganze angefangen habe ich jetzt 2020 richtig zu dokumentieren. Ich habe davor mein Leben lang schon immer meine Finanzen dokumentiert, seit 2020, beziehungsweise ein paar Monate davor, allerdings monatlich. Das heißt, ich habe den dementsprechenden Zuwachs, beziehungsweise kann genau gucken, wo habe ich wie viel Geld ausgegeben und das möchte ich heute mit euch teilen. Ja, ich weiß, das würden die wenigsten machen und viele finden das sehr privat und zu persönlich. Ich allerdings habe damit eigentlich kein wirklich großes Problem, weil gerade in der heutigen Welt ist es immer wichtiger, sich mit seinen eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Und klar, ich kann mir immer wieder Motivationsvideos angucken oder Videos, wo Leute euch erzählen, how to get rich quick. Die meisten dieser Videos sind leider Scam oder Bullshit und einfach um euch zu proofen und euch zu zeigen, ob es was bringt und wenn ja, wie viel hinter der Sache wirklich steckt, mache ich diese Videos und zeige sie euch dementsprechend auch. Ja, heute meine kompletten Finanzziele und die Auflistung, ob ich sie erreicht habe, wie der Stand Anfang 2020 war und wie er Ende 2020 war. Ja, 2020 ein Jahr geprägt von vielen Emotionen, ein Jahr geprägt von vielen Up and Downs. Wir haben, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, wie 2020 wirklich ausgehen wird. Selbst am Ende des Jahres haben wir uns nicht ausmalen können, wie Ende des Jahres aussieht, gerade durch, ja, diverse Gründe. Ihr wisst, wovon ich rede, von Covid-19, von der Pandemie. Das ist uns allen nicht leicht gefallen und dementsprechend wurden auch die Ziele eventuell etwas anders gesetzt, als zu Anfang des Jahres. Wir beginnen einfach mal mit meiner wunderschönen PowerPoint-Präsentation und zwar auf der ersten Folie der Ziele. Ja, mein erstes Ziel war ein Gesamtvermögen von 70.000 Euro zu erreichen. Das ist für euch jetzt vielleicht, denkt ihr euch, der Typ macht YouTube und hat keine 200 Millionen auf dem Konto. Nein, Leute, ich habe meine Ausbildung quasi kurz vor Ende 2020 beendet. Das heißt, mein Vermögen, mit dem ich in das Jahr 2020 gestartet bin, ist quasi nur aus Azubi gehalten und neben Tätigkeiten gestartet. Das heißt, ich habe mit 11 angefangen, nebenbei Geld zu verdienen. Ja, mit 11 war es so, dass man sagen könnte, Geld verdienen. Ich habe zwar schon in der dritten Klasse und in der zweiten Klasse, in der Grundschule schon die ersten Euros verdient, dazu aber mehr, falls ihr euch dafür interessiert. Wir fangen quasi mit hier im Jahr 2020 an, indem ich erstmals angefangen habe, vernünftig zu arbeiten. Das heißt, dementsprechend einigermaßen Geld zu verdienen. Zu meinem Gesamtvermögen nochmal kurz gesagt, zähle ich meinen kompletten Wert. Das heißt, den kompletten Wert meiner Gegenstände, die ich habe, das Auto, die Kamera, mein Handy, aber auch mein Bargeld, meine Aktien und meine Kryptowährung. Da kommen wir auch schon zu Punkt 2, mein Barvermögen. Und zwar war mein Ziel, die 15.000 Euro zu erreichen. Ja, 15.000 Euro von 70.000 Euro sind, wie viel sind das? 25% circa, vielleicht ein bisschen mehr. Wo das ganze andere Geld drin steckt, das werdet ihr noch sehen. 15.000 Euro einfach für mich als Grundstein, um eventuell auch meine erste Immobilie zu kaufen, war eigentlich mein Plan. Mein Aktienvermögen wollte ich um 20.000 Euro bringen. Was mein Start, Aktienvermögen 2020 war, werdet ihr noch sehen. Genauso wie bei Punkt 4, mein Kryptovermögen, wollte ich 5.000 Euro erreichen. Mein Anfang des Jahres werdet ihr auch noch sehen. Ein Kleingewerbe von 5.000 Euro. Dazu zähle ich auch alle Investitionen. Da ich mein Kleingewerbe erst 2020 gestartet habe, zähle ich solche Sachen wie Kameraequipment, Belichtung, etc. auch noch mit dazu. Meinen Firmenwert um 100% steigern. Ja, ich habe zusammen mit einem Kollegen eine Firma. Warum steht hier jetzt kein Wert in Euro? Ganz einfach, diese Firma gehört mir nur zu 50%. Genauso wie 50% einem sehr guten Freund und Geschäftspartner von mir. Da ich nicht weiß, wie er über seine Finanzen redet, da ich weiß, dass hier eventuell auch ein, zwei Leute zugucken, die uns beide privat kennen und ich nicht weiß, ob mein Kollege das gerne möchte, dass die anderen wissen, wie viel unser Unternehmen wert ist, werde ich das hier nur in Prozenten angeben, ist aber trotzdem meiner Meinung nach ein guter Richtwert. Punkt Nummer 7 waren 10 Bücher lesen. Ja, eher Bücher im Bereich Finanz- und Persönlichkeitsentwicklung. Hat jetzt nichts direkt mit Geld verdienen zu tun. Allerdings denke ich, ist das ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, um später Geld und mehr Geld zu verdienen. Punkt Nummer 8 ist meine Selbstständigkeit Anfang. Wie bereits in Punkt 5 angesprochen, Kleingewerbe von 5.000 Euro. Muss ich dieses Kleingewerbe natürlich auch erst gründen und diese Selbstständigkeit anfangen. Punkt Nummer 9 ist meine eigene Firma vorantreiben. Das ist die mit meinem Kollegen, wo ich zu 50% beteiligt bin. Das heißt, wir wollten neue Produkte hinzufügen und die Firma allgemein wirtschaftlich aufbessern. Und Punkt Nummer 10 ein passives Einkommen aufbauen. Ja, da zählen viele sowas zu, wie beispielsweise YouTube-Einnahmen, ETC. Ich zähle dazu im Moment eher Ausschüttung durch Dividenden, durch ETFs, beziehungsweise durch Aktien. Fangen wir an. Punkt Nummer 1 und zwar mein Gesamtvermögen von 70.000 Euro. Ja, mein Start 2020 begann mit 35.000 Euro. Das heißt, mein Ziel 70.000 Euro waren eine Steigerung von 100%. Dementsprechend 35.000 Euro. Mein Resultat am Ende 2020 waren 69.200 Euro. Das heißt, ich habe mein Ziel verfehlt um 800 Euro. Ja, das frustriert mich natürlich, wenn man auf der anderen Seite einen Zuwachs von 34.200 Euro in einem Jahr sieht. Ist diese Träne auf der einen Seite mit der Glücksfreude auf der anderen Seite wieder relativ ausgeglichen. Ich habe mein Ziel nicht erreicht und es frustriert mich auch. Trotzdem bin ich der Meinung, dass diese Steigerung sehr, sehr gut ist. Weitere Infos dazu werdet ihr übrigens später noch sehen. Kommen wir zur zweiten Folie und zwar mein Barvermögen von 15.000 Euro. Also, ja, ich habe gestartet mit 11.500 Euro und ich muss dazu sagen, zu Barvermögen zähle ich auch. Wenn ich beispielsweise bei meinem Aktiendepot noch 4.000 Euro liegen habe, die bereit sind zu investieren, ist es in dem Moment immer noch für mich ein Barvermögen, weil ich das Ganze noch nicht investiert ist. Ja, dort hatte ich 11.500 Euro insgesamt. Mein Ziel waren 15.000 Euro, also 4.500 Euro Steigerung bzw. ca. 30%. Falls ich hier übrigens Fehler bei den Angaben in der Prozentrechnung ETC mache, dann tut es mir leid, das kann passieren. Ich bin auch nur ein Mensch. Mein Resultat waren 11.000 Euro, das heißt, ich habe mein Ziel um 4.000 Euro verfehlt und ein Zuwachs von minus 500 Euro. Ja, ich hatte am Ende des Jahres weniger Bargelder als am Anfang des Jahres. Warum ist das passiert? Das werdet ihr auf der nächsten Folie sehen und da springen wir jetzt mal hin. Mein Aktienvermögen von 20.000 Euro wollte ich erreichen. Das heißt, ich hatte am Anfang des Jahres 8.800 Euro und mein Ziel 2021 waren 20.000 Euro. Ja, das ist eine Differenz von 11.200 Euro bzw. 127% Steigerung. Dazu zähle ich alle Aktien sowie ETFs, ETC. Ja, mein Resultat waren die 24.900 Euro. Das heißt, ich habe mein Ziel erreicht und sogar noch ein Plus von 4.900 Euro mehr am Ende des Jahres gehabt, als zu Anfang des Jahres geplant. Das entspricht einem gesamten Zuwachs von 16.100 Euro. Wie kam das und was ist passiert? Ja, durch den Crash 2020 habe ich sehr, sehr viel meines Bargelds investiert und zwar in Aktien und ETFs. Das hat ganz einfach den Grund gehabt. Die Aktien waren günstig. Die Aktien sind sehr stark gefallen und buy the dip, also kaufe im fallenden Kurs, das habe ich gemacht. Dort habe ich sehr viel Geld investiert. Die 16.100 Euro Zuwachs sind tatsächlich ungefähr die investierte Summe. Das heißt, ich habe im Monat über 1.000 Euro investiert. Man muss dazu sagen, ich habe bei beispielsweise Wirecard einen Totalverlust von 2.700 Euro. Der ist hier gar nicht mit eingerechnet. Den habe ich später durch Kursgewinne wieder gut gemacht. Man muss aber dazu sagen, ja, ich habe durch Aktien in dem Jahr auch einige 1.000 Euro Verlust gemacht, auch wenn ich gleichzeitig Gewinn gemacht habe. Kommen wir zu Punkt Nummer 4 und zwar mein Kryptovermögen von 5.000 Euro. Mein Start 2020 waren 1.700 Euro. Investierte Summe zu dem Zeitpunkt waren circa 2.500 Euro. Das heißt, ich hatte 800 Euro circa Verlust. Liegt ganz einfach daran, ja, ich habe Krypto-Torik gekauft, als es zu dem Zeitpunkt war. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Verlust. Mein Ziel 2021 war es, die 5.000 Euro zu erreichen durch weitere Investitionen, aber auch durch Kurssteigerung, weil ich der Meinung war, der Kurs müsste jetzt eigentlich 2020 mal wieder steigen. Ja, Corona hat in die Karten gespielt. Dadurch ist der Kurs weiter gestiegen und wir hatten ein Resultat von 11.200 Euro. Das heißt, wir haben das Ziel um 6.200 Euro überschritten und ein Gesamtzufachs von circa 9.500 Euro. Ja, von 1.700 auf 11.200 ist meiner Meinung nach ein sehr guter Zuwachs. Dazu muss man sagen, das meiste des Geldes ist nicht investiert, sondern durch Wertsteigerung. Das heißt, durch die steigenden Kurse. Dazu später mehr. Punkt Nummer 5, mein Kleingewerbe von 5.000 Euro. Ja, ich habe mein Kleingewerbe gestartet und zwar mit 0 Euro. Mein Ziel war es, 5.000 Euro zu haben beziehungsweise 5.000 Euro in Wert in dem Kleingewerbe zu haben. Dazu zählen natürlich die Waren sowie Kamera und Equipment. Mein Resultat, ich habe 5.124 Euro investiert beziehungsweise dafür ausgegeben. Das heißt, ich habe mein Ziel um 124 Euro überschritten und einen Zuwachs von 2.124 Euro. Meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung und genau in meinem Budget. Punkt Nummer 6, mein Firmenwert um 100% steigern. Hier, wie gesagt, keine Zahlen, da mein Kollege da mit beteiligt ist. Mein Ziel waren es von 100%, das heißt, von einem fixen Firmwert den ganzen zu verdoppeln und 200% zu haben, also 100% Steigerung. Das heißt, wenn das Unternehmen jetzt 20.000 Euro wert war, wollte ich das Jahr darauf für 40.000 Euro wert ist. Das habe ich nicht erreicht und zwar haben wir unser Ziel um 63% verfehlt. Das heißt, wir hatten einen Wertzuwachs des Unternehmens von 37%. Immer noch ein Plus, allerdings deutlich weniger, als wir wollten. Wie es dazu kam, auch nochmal später mehr. Punkt Nummer 7, waren 10 Bücher lesen. Ja, das habe ich geschafft, mehr oder weniger. Dazu waren die meisten Wissensbücher oder Bücher, die sich in dem Bereich Finanzen oder Persönlichkeitsentwicklung befassen. Das Buch vom Junkie zum YouTuber von Montana Black war so ein kleiner Ausreißer. Fand ich aber auch sehr interessant und ich bin der Meinung, dass man durch dieses Buch auch einiges für die Zukunft lernen kann. Die Bücher darüber, absolute Klasse. Ich habe, glaube ich, kein Buch davon, wovon ich es bereue, es gelesen zu haben. Ich habe auch nicht alle Bücher in Anführungsstrichen gelesen. Einige habe ich mir als Podcast angehört. Ihr könnt gerne mal 0 to 1 beispielsweise bei Spotify eingeben. Dort könnt ihr euch das komplette Buch runterladen, ebenso wie das Buch von Elon Musk. Einfach runterladen und während der Autofahrt oder während der Bahnfahrt hören. So verschwendet ihr in Anführungsstrichen keine Zeit, weil ihr die Autofahrt beziehungsweise die Bahnfahrt sinnvoll nutzt. So habe ich beispielsweise einen Arbeitsweg von 2x30 Minuten am Tag. Wenn ich nun hin und zurück fahre, das heißt, ich habe am Tag quasi eine Stunde, in der ich einfach nur im Auto sitze und aus dem Fenster gucke. Wenn ich diese Stunde am Tag nutze, um in Anführungsstrichen mir vorzulesen beziehungsweise das mir vorgelesen wird, so nutze ich quasi diese Stunde meiner Meinung nach absolut sinnvoll. Punkt Nummer 8, meine Selbstständigkeit anfangen. Ich habe am 25.24.20 meine Selbstständigkeit gegründet beziehungsweise angemeldet, habe mir dementsprechend Kamera und Ausrüstung gekauft und meine ersten Waren im Wert von ca. 2700 Euro gekauft. Ich hatte auch schon einige Verkäufe im Gesamtwert von 809 Euro. Das Ganze ist natürlich Umsatz, das heißt, da kommen noch Gebühren, ETC werden davon noch abgezogen. Was ich am Gewinn am Ende des Jahres hatte, das ist eigentlich nicht der Rede wert und das Ganze wurde auch wieder reinvestiert, also ist da nichts wirklich von übergeblieben. Ich habe trotzdem es geschafft, meine Selbstständigkeit zu gründen und mein Gewerbe anzumelden. Punkt Nummer 9, die Firma vorantreiben. Ja, das hat leider nicht so gut geklappt. Ihr habt ja gesehen, dass wir nur eine Steigerung von 37% hatten. Wie kam es dazu? Ja, wir hatten ein Produkt, was innerhalb von 6 Wochen oder 7 Wochen komplett out of stock gegangen ist. Das heißt, wir haben ein Produkt deutlich schneller verkauft, als wir es geplant und gedacht hatten. Das ist auf der einen Seite natürlich etwas sehr Gutes, auf der anderen Seite ist durch die Covid-19-Situation ein, es schwierig geworden oder schwieriger geworden in China zu bestellen. Des Weiteren sind die Preise extrem gestiegen, sodass der Preis für den Nachkauf ein zu hohes Risiko für unser Gesamtunternehmen gewiesen wäre. Also beispielsweise unser Unternehmen, nur jetzt als Beispiel, ist 50.000 Euro wert. Wir haben davon das meiste investiert, einmal 30.000 Euro in Waren und 20.000 Euro in Cash zur Verfügung. Jetzt wollen wir eine Ware nachbestehen, allerdings müssen wir dafür mindestens 15.000 Euro opfern. Das könnten wir zwar machen und hätten dann noch 5.000 Euro auf unserem Firmenkonto. Sowas machen wir allerdings nicht, weil uns das Risiko einfach zu groß ist, dass durch irgendwelche Probleme, Steuernachzahlung, ETC, auf einmal 5.000 Euro oder mehr gebraucht werden und unser Konto somit ins Null fällt. Dann bringen uns zwar die, dann bringen uns auch die Waren im Wert von vielleicht 30.000, 40.000 Euro nichts, weil das Finanzamt möchte mit Sicherheit nicht an dem Unternehmen beteiligt werden, bzw. möchte es mit Sicherheit nicht in Waren bezahlt werden. Das heißt, unser Risiko war in dem Moment so groß, als dass wir es nachkaufen konnten. Des Weiteren betrugen die Lieferzeiten mehrere Monate und unsere Anzeige, die sich sehr gut hat verkaufen lassen, ist in dem Moment schon wieder komplett unten gelistet gewesen. Das heißt, wir hätten schon fast wieder von Null angefangen mit diesem Produkt, was für uns wirtschaftlich leider keinen Sinn ergeben hat in dem Moment. Punkt Nummer 10, ein passives Einkommen aufbauen. Ja, ich habe ca. 500 Euro durch Dividenden eingenommen. Viel mehr ist da auch nicht bei rumgekommen. Dividenden, ganz kurz, du kaufst eine Aktie, hast einen bestimmten Prozentanteil an dem Unternehmen. Das Unternehmen macht beispielsweise 100 Millionen Euro Gewinn, nimmt von diesen 100 Millionen Euro 50 Millionen und packt das aufs Firmenkonto und 50 Millionen teilen die auf unter den Aktionären und schütten das dann quasi als Dividende wieder aus. Falls ihr mal mehr dazu hören oder wissen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann mache ich dazu nochmal ein Extra-Video. Weitere Dividenden in 2021 werden auf jeden Fall noch folgen bzw. weitere passive Einkommensströme. Falls ihr dazu ein Extra-Video wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf die Folie mit dem Gesamtvermögen. Mein Ziel waren 25.000 Euro Steigerung, das heißt 70.000 Euro. Wie funktioniert das? Wie viel Geld muss ich eigentlich einnehmen? Und da springen wir jetzt mal ganz kurz auf die letzte Folie und zwar verdiene ich im Schnitt im Monat ca. 3.000 Euro netto auf meinem Konto. Davon abzuziehen sind 9.408 Euro im Jahr Fixkosten. Das heißt solche Sachen wie Sprit, Miete, Essen, Handyvertrag, solche Dinge zählen da alle rein. Da habe ich eine Gesamtsumme von 9.408 Euro, die ich fix jedes Jahr ausgeben muss. Dazu kommen 3.620 Euro Variable Ausgaben. Das sind Ausgaben, die ich theoretisch noch verändern könnte. In dem Sinne, dass da beispielsweise Geschenke mit drin sind oder wenn man mal essen geht. Das waren insgesamt 3.620 Euro. Dadurch, dass wir Covid-19 vor der Haustür hatten und nicht in den Urlaub fahren konnten, ist diese Summe noch relativ gering. Ich denke, hätte man etwas mehr unternehmen können, wäre diese Summe größer gewesen. Allerdings, wenn es um Sparen geht, umso besser, je weniger man ausgibt. Das heißt, ich habe insgesamt 13.028 Euro in Ausgaben gehabt. Das heißt, von meinem Einkommen von 36.000 Euro bleiben nur 22.972 Euro über. Wie kann das jetzt sein, dass ich einen Wertzuwachs von 34.200 Euro habe, wenn ich nur 22.972 Euro über habe von meinem Gesamteinkommen, den 36.000 Euro? Die Differenz daraus entspricht 11.228 Euro beziehungsweise circa 32%. Diese 32% sind quasi auf mein Startgeld, also die 35.000 am Anfang von 2020 gerechnet. Das Ganze habe ich erreicht durch steigende Kurse. Ich habe in dem Jahr vieles verloren. Beispielsweise durch Wirecard waren das knappe 3.000 Euro, die ich auf einen Schlag verloren habe. Ich habe auch beispielsweise mit vielen 1.000 Euro in Shell investiert, die danach extrem gefallen sind. Dort habe ich auch ein paar 1.000 Euro verloren. Ja, trotz der ganzen Verluste habe ich es geschafft, 11.228 Euro mehr Zuwachs zu haben, als es theoretisch in Anführungsstrichen möglich ist, wenn man einfach mein Einkommen minus meine Ausgaben rechnet. Diese 11.228 Euro sind wie gesagt Wertzuwachs. Das heißt, es ist eine Steigerung von diversen Klassen, wie beispielsweise meinen Aktien oder meiner Kryptowährung. Dementsprechend sind das natürlich keine realisierten Gewinne. Das heißt, es könnte auch sein, dass der ganze Aktienmarkt crasht oder dass die kompletten Kryptowährungen crashen. Das heißt, meine investierten Euros, beispielsweise die 11.000 Euro, die ich gerade an Wert in Kryptowährungen zum Zeitpunkt des Jahreswechsels habe, die könnten auch am nächsten Tag komplett weg sein, wenn Kryptowährungen komplett einbrechen. Auf der anderen Seite hätte ich ohne Kryptowährungen und ohne Aktien diese 32% niemals erreicht. Das heißt, hätte ich nichts investiert, hätte ich am Ende des Jahres nur knapp 23.000 Euro plus gehabt. Dadurch, dass ich investiert habe, habe ich 34.000 Euro plus, also 11.000 Euro dank meinen Investitionen. Ja, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr meine Ziele für 2021 wissen wollt und falls euch dieses Video gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ich würde sagen, investiert bedacht, investiert vorsichtig und passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Freunde.